Skillpunkte richtig verteilen. Wo kommen die Punkte rein? Fürs Grundangeln, fürs Spinning und fürs Pose-Skillen oder für den Allround-Account? Also legen wir los. Wir verteilen die Skillpunkte schön detailliert. Einmal für einen Posen-Account, wo der Schwerpunkt des Accounts aus Posenangeln geht. Einmal auf einen Account, der hauptsächlich Spinning machen möchte. Und dann natürlich noch auf den Account, der sich aufs Grundangeln konzentriert. Und natürlich der Allround-Account, der Angler, der gerne alles ausprobieren möchte und sich bei den verschiedenen Angelmethoden nur die wichtigsten rauspickt. Zu all diesen Angelmethoden findest du unter dem Video natürlich auch nochmal kleine Links. Du kannst quasi direkt draufklicken für diesen Bereich, der dich interessiert. Auch unten in der Leiste vom Video siehst du so kleine Unterteilungen. Und da kannst du dann genau draufklicken auf den Bereich, der dich interessiert. Also legen wir los. Wir schauen einfach mal rein. Um die Skillpunkte zu verteilen, drückt man ja O und ist dann hier in der großen Übersicht. Wenn ihr anfangt, habt ihr, so wie ich jetzt hier auch noch, ganz oben einmal einen Alles-Zurücksetzen-Knopf. Hebt den so lange auf, wie ihr könnt. Hebt den sehr, sehr lange auf, wenn ihr jetzt vielleicht, keine Ahnung, Level 5 seid. Ihr habt das Teil vielleicht schon einmal verwendet. Ich würde sagen, fang lieber von vorne an, denn das Teil ist richtig viel wert. Ihr müsst euch überlegen, das Teil setzt einmal alles zurück. Und wenn wir einmal alles zurücksetzen wollen, nachdem wir das verwendet haben, würde es 35 Goldmünzen kosten. Und die 35 Goldmünzen, die müssten wir halt mit Echtgeld dann bezahlen. Was man halt gut machen kann, ist, man hebt sich dieses einmal auf, dieses Alles-Zurücksetzen für einen späteren Zeitpunkt, sagen wir mal so, im Bereich vielleicht von Level 30+. Und dann geht man zu der Zeit vielleicht nochmal durch seine Skills durch und überlegt sich, na, vielleicht mache ich doch lieber jetzt mehr Grundangeln oder vielleicht eher dann doch in Richtung Spinning und verteilt dann ein paar Skillpunkte nochmal neu. Dafür ist das dann natürlich sehr, sehr sinnvoll und praktisch, dass man nicht quasi nochmal extra Geld dafür bezahlen muss. Neben den wichtigen Angelmethoden, also dem Posenangeln, dem Spinfischen und dem Grundangeln, haben wir hier natürlich auch noch die Berufe mit drin. Das heißt, wir haben einmal das Kochen mit drin, wir haben die Kunstköderherstellung mit drin und natürlich auch zwei ganz wichtige Sachen noch, einmal die Köderbeschaffung und die Angelfutterzubereitung. Zur Köderbeschaffung und zur Angelfutterzubereitung, da werde ich auch nochmal extra Tutorials machen, aber auch da gehen wir natürlich gleich nochmal drauf ein. Fangen wir an mit dem Posenangeln. Also, als Posenangler tun wir natürlich die meisten Skillpunkte auch hier ins Posenangeln rein und dafür mache ich hier mal ein wenig Platz. So, und dann haben wir hier auch alles im Blick. Ihr seht, ich bin mittlerweile bei über 20% alleine nur durchs Verwenden der Stippe und des leichten Rumstippens hier am Windenbach. Und das ist auch hier der wichtigste Punkt, wenn ihr Bock habt auf Stippen, machen hier diese sieben Punkte absolut Sinn. Warum machen die Sinn? Wir haben hier natürlich auch immer eine Erklärung dazu und die wichtigsten Punkte sind hier einmal die Wurfweite, wobei das natürlich für die Stippe nicht wirklich interessant ist, aber die Wurfgenauigkeit ist vielleicht noch interessant, dass man eben nicht vielleicht irgendwo an den Seerosen oder zwischen den Seerosen landet, sondern vielleicht genau davor oder eben dahinter, dass man eben nicht vielleicht noch verhakt mit der Stippe. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt, gerade beim Stippen, ist die Fischkontrolle. Wir haben ja beim Stippen keine Möglichkeit, den Fisch regelrecht mit einer Rolle zu drillen, sondern wir müssen versuchen, den Fisch mit der Stippe quasi müde zu machen. Und da ist dann natürlich die Fischkontrolle plus 21% Fischkontrolle essentiell. So wichtig die Fischkontrolle hier bei der Stippe ist, umso weniger wichtig wird sie eigentlich dann zum Beispiel bei der Bolognese-Route oder Match-Route. Da habe ich in der Vergangenheit immer gerne auch die Skill-Punkte rein investiert. Wenn es demnächst die Möglichkeit geben sollte, Skill-Punkte zurückzusetzen, je nachdem, ob es mal eine Erweiterung im Game gibt, werde ich höchstwahrscheinlich hier keine Skill-Punkte mehr rein investieren. Denn für diese Routen mit einer Rolle, mit der Möglichkeit quasi in den Drill zu gehen, mit diesen Routen, ja, da gehe ich doch dann einfach in den Drill und verteile diese sieben Skill-Punkte, die ja wirklich viel sind, die verteile ich dann doch lieber auf die einzelnen Montagearten. Da steht das ja dann schon detailliert auch drin. Die Feststellmontage zum Beispiel, da haben wir dann immer wieder den gleichen Text bei den Montagen drinne stehen. Wir sehen, je höher die Fangtechnik ist, desto größer ist die Chance, eine Trophäe zu fangen. Also wir erhöhen die Größe, hier haben wir es oben auch noch einmal stehen, je besser die Angeltechnik ist, desto mehr Chancen bestehen auf den Fang eines größeren Fisches oder einer Trophäe. Wir haben also einen größeren Effekt dadurch, dass wir die Montagearten skillen, als der Effekt der Fischkontrolle, wenn wir das mal hier uns nochmal anschauen, Fischkontrolle eben auf den Routen. Wo würde ich denn jetzt die Skill-Punkte verteilen? Also wir müssen einmal unterscheiden, wie gesagt, zwischen dem Stipper und dem Normal-Posenangler, der dann am Ende seinen Schwerpunkt hier auf der Match-Route zum Beispiel hat. Match-Route ist quasi Endgame fürs Posenangeln. Bedeutet also, wenn euer Endgame trotz allem auch das Stippen ist, ihr habt einfach Bock da drauf zu stippen, dann gehen hier natürlich die sieben Skill-Punkte rein. Ihr könnt damit eigentlich auch sofort anfangen, ab den ersten Punkten. Ich würde vielleicht schon mal drei oder vier Punkte hier rein investieren. Wenn ihr jetzt auch gerade im Level-Bereich 12 seid, ist es aber auch wichtig, dass wir hier noch Sekundär-Skill-Punkte quasi reinbringen. Und zwar vielleicht einmal in der Köder-Beschaffung, denn wir brauchen ja auch regelmäßig neue Köder. Und bei der Köder-Beschaffung macht es eben auch tatsächlich Sinn, hier drei Skill-Punkte zu investieren. Und ganz wichtig, fünf Skill-Punkte in der Angelfutter-Zubereitung. Diese fünf Skill-Punkte sind auch essentiell, denn erst mit fünf Skill-Punkten wird die Qualität des Angelfutters Qualitätsstufe 9 oder eben Qualitätsstufe 10 von zehn möglichen Punkten. Das ist wichtig. Das heißt, diese fünf Skill-Punkte können wir sogar relativ früh am Anfang rein investieren und können da lieber hier auf ein paar Punkte verzichten. Die ersten kleinen Fische, die wir fangen, sind ja in den ersten Leveln höchstwahrscheinlich so was wie Haseln und Lauben oder auch mal Rotaugen. Und so kampfstark sind diese Fische dann natürlich nicht. Wenn ihr dann im späteren Bereich nach dem Stippen doch irgendwann mal Lust habt, eine Rolle zu verwenden und vielleicht doch mal dicke Karpfen zu ziehen oder auch mal Fett in den Drill zu gehen, dann würde ich die Bolognese-Route tatsächlich komplett auslassen und sofort rübergehen zu den Match-Routen. Ich habe vor kurzem mir nochmal eine Bolognese-Route geholt. Ich probiere es auch immer mal wieder, aber das Angeln mit den Bolognese-Routen ist wirklich nicht so leicht und auch gar nicht so angenehm wie später das Angeln mit der Match-Route. Und in diesem Bereich macht dann das Posenangeln auch wirklich richtig Spaß. Man hat eine viel höhere Chance, dass die Fische auch haken. Man kann wesentlich weiter auswerfen. Also ab Match-Route macht das Posenangeln richtig Bock. Dazu kommt dann natürlich der ganz wichtige Skillpunkt der Köder-Kombination. Das heißt, wir könnten zum Beispiel eine Made mit einem Wurm kombinieren oder eine Kartoffel und ein Kohlblatt. Also das sind alles so wichtige Komponenten, die dann hier im höheren Level-Bereich ab 80 plus dann interessant werden. Eine der wichtigsten Angelmethoden fürs normale Stippen ist dann hier die Laufposen-Montage. Diese sollte man auf jeden Fall dann auch noch mit skillen. Auch hier zählt es dann ähnlich wie bei der Feststellmontage. Hier ist dann quasi der gleiche Text. Wenn es bei euch ab Level 50 frei ist, macht es da eben Sinn, Punkte rein zu investieren. Also fassen wir das Ganze noch einmal zusammen. Ich würde hier am Anfang vielleicht drei Skillpunkte rein investieren. Danach geht es raus in die Köderbeschaffung. Wir investieren drei Punkte hier auf den Regenwurm sozusagen. Was bedeutet, sämtliche Köder, die mit der Schaufel rausgeschaufelt werden, die haben dann den Skillpunkt. Ja, bis hierhin haben wir dann sechs Skillpunkte verteilt. Dann geht es natürlich noch einmal in die Angelfutter-Zubereitung und hier verteilen wir dann weitere fünf Skillpunkte. Dadurch sind wir dann in der Lage, ab Level 12 schon richtig gute Angelfutter-Mission herzustellen. Also mit einer Wertung zwischen 9 von 10 und 10 von 10 möglichen Punkten. Also das ist das Maximum, was man herstellen kann. Und dadurch haben wir dann natürlich wieder eine höhere Chance beim Posenangeln auf bessere Fische. Das sind die ersten Punkte, die ich verteilen würde. Wie gesagt, ab Level 12 kann man dann diese 11 Punkte eben so verteilen. Und danach bedeutet es, erst mal ein wenig zu warten. Skillt weiter, sammelt Punkte durchs Level ab und wartet und überspringt dieses Mittelfeld sozusagen. Das Mittelfeld der Bolognese-Routen, da würde ich gar keine Punkte rein investieren in die Montage. Handhabung der Vorfächer, sämtliche Skillpunkte, die ja diesen Kreis haben, die werden automatisch freigeschaltet. Da muss man keine Skillpunkte rein investieren. Die Handhabung der Laufposen-Montage ist dann wichtig für das Stippen. Und wenn ihr dann ab 60% die Match-Route frei habt, ist dann die Match-Montage wichtig. Das heißt, hier kommen Skillpunkte rein und ihr könnt dann immer noch mit Level 30 plus vielleicht euch überlegen, na, gehe ich hier vielleicht doch nochmal, investiere ich hier vielleicht doch nochmal Skillpunkte oder nicht. Wichtiger ist, wie gesagt, immer die Montageart vor der Skillung der Fischkontrolle sozusagen auf der Route. Im späteren Verlauf sind dann natürlich, wie gesagt, die K-Pf-H-Montage ist dann nochmal wichtig, die Pop-Up-Montage. Und wenn ihr dann Lust habt, könnt ihr tatsächlich auch noch Köderfisch machen mit der Pose. Dafür braucht man dann allerdings auch wieder passende Routen mit einem sehr hohen Wurfgewicht. Eine sehr spezielle Angelart ist das Angeln mit dem Spirulino. Auch das ist möglich. Tatsächlich mit guten Match-Routen kann man das wirklich ganz gut machen. Sehr, sehr wildes Angeln sozusagen. Also auf der Pose mit dem Kunstköder kann man natürlich auch machen. Ich habe Spirulino tatsächlich auch mal geskillt, aber es ist schon, ich sage mal, sehr spezielles Angeln. Ich meine, wenn man Bock hat eben auf Kunstköderangeln, warum geht man dann nicht direkt aufs Spinfischen? Da hat man dann doch vielleicht ein bisschen mehr Möglichkeiten. Nichtsdestotrotz durchaus eine interessante Möglichkeit und eine abwechslungsreiche Variante dann auch mal tatsächlich mit der dicken Match-Route einfach mal auf Kunstköder und auf Raubfische zu gehen. Ja, das ist ganz schön viel trockene Theorie, aber man muss da leider so ein bisschen durch und die Skillpunkte zu verteilen bringt auch tatsächlich einen großen Unterschied. Ich bin sehr gespannt, wie das jetzt mit dem Account hier weitergeht. Die Skillpunkte für diesen Account verteile ich ja jetzt gleich erst am Ende, weil das ja hier quasi ein Allround-Account ist. verteile ich die gleich erst, wenn der Allround-Account dran ist. Jetzt geht es erstmal weiter mit dem Spinning. Beim Spinning habe ich noch nicht so ganz viel gemacht. Ich habe am Windenbach ein bisschen auf Döbel zum Beispiel geangelt und auf Barsche, aber auf dem Haupt-Account ist bei mir Spinning Main angesagt. Also hauptsächlich Spinning und zum Teil Grundangeln und ein wenig eben auch noch Posenangeln. Wichtige Punkte beim Spinning. Das Schöne ist, wenn wir hauptsächlich Spinning machen, sparen wir uns natürlich sowas wie die Köderbeschaffung und die Angelfutterzubereitung. Das können wir dann später machen und wir investieren beim Spinning direkt von vorne rein auf die wichtigen Köder gehen wir da rein und auf die Spinningrouten und die Rollen. Ja, wir sehen natürlich jetzt schon, wir benötigen alleine hierfür schon 12 Punkte und haben dann noch nicht mal hier in den wichtigen Spinner-Punkte investiert, haben allerdings nur mit Level 12, wo wir zum Beleier können, gerade mal 11 Punkte zur Verfügung. Bedeutet also, wie starten wir denn am besten? Womit fangen wir denn am besten an? Und da macht es einfach Sinn, dass wir die ersten Punkte tatsächlich in den Spinner investieren. Der ganz wichtige Punkt ist, wenn wir hier diese drei Punkte investieren in den Spinner, haben wir dadurch eine erhöhte Chance auf größere Fische oder eben die Chance eine Trophäe zu fangen. Und genau das wollen wir eben, wir wollen die großen Fische. Damit wir diese großen Fische dann allerdings auch leicht rausziehen können, investieren wir danach die Punkte in die Route. Da haben wir eben den Vorteil, dass wir zum einen die Wurfweite, aber eben auch die Fischkontrolle haben. Und als drittes gehen wir dann zum Schluss quasi erst in die Stationärrolle rein. Auch hier wieder den Vorteil der Wurfweite, den brauchen wir und damit sind wir dann auf einem guten Weg, um von da aus dann das weitere Spinning zu skillen. Und was ist denn dann wichtig und worauf skillt man denn dann als nächstes? Auch das ist natürlich immer eine Frage des persönlichen Geschmacks und auf welche Fische man gehen möchte. Es empfehlen sich Blinker zu skillen, es empfiehlt sich die Wobbler zu skillen und mit diesen neun verteilten Punkten in diese drei Bereiche haben wir die normale Kunstköder-Montage schon komplett abgedeckt. Das heißt, wir können Spinner verwenden, wir können halt die Blinker und dann die Wobbler besser verwenden und haben da eben jeweils eine höhere Chance auf größere Fische oder Trophäen. Ab der Jig-Montage kommen wir dann in den Bereich des Gummifischens. Das heißt, wir haben kleine Gummifische, Gummiköder, die wir dann durchs Wasser ziehen, eben hauptsächlich mit der Jig-Führung. Dazu zählen dann auch sowas wie das Kickback-Rig oder dann später auch hier Texas-Rig und Carolina-Rig beziehungsweise Dropshot. Das sind alles diese Gummifisch-Montagen. Auch hier haben sich einige Montagen als sehr wirkungsvoll rauskristallisiert. Man kann zum Beispiel immer ganz gut Skill-Punkte investieren, entweder in Texas-Rig oder Carolina-Rig. Wichtig fürs Angeln auf Hecht ist auch zum Beispiel die Handhabung der Topwater. Das heißt, wenn ihr Bock habt auf kampfstarke Hechte, dann macht es auch Sinn, hier den Topwater zu skillen, um danach im Anschluss weiter dann auf Jerkbait zu gehen. Auch hier ist es wieder so eine Sache, investierte Skill-Punkte in die Route haben zwar den Vorteil der Wurfgenauigkeit, haben allerdings eben auch den Nachteil, dass man eben hier sieben Punkte rein investieren muss und dadurch, dass Jerkbait zur Zeit eigentlich nur noch interessant ist fürs Hechtangeln, wären das eigentlich viel zu viele Punkte für diese eine Fischart. Das heißt, hier wären diese drei Punkte alleine nur in die Jerkbait-Montage deutlich sinnvoller, auch wenn dann mal der ein oder andere Wurf vielleicht eher in Richtung Kraut geht, als dahin, wo er sollte. Aber so viele Skill-Punkte hat man eigentlich nicht übrig, dass man hier dann auch wiederum sieben Punkte rein investiert. Wenn man irgendwann im Level-Bereich von 40 plus ist und mit jedem Level vier Skill-Punkte bekommt, dann kann man das vielleicht dann irgendwann machen. Aber so fürs Mid-Game ist das dann doch ein bisschen schwierig. Zwei interessante und verspielte Arten der Kunstköderführung ist einmal Vecirig und Spirulino. Beim Vecirig haben wir einen kleinen Wurm, einen Gummi-Wurm, den wir zum Leben erwecken und dadurch auf vielerlei Fische gehen, auch zum Beispiel Friedfische, die wir dann eben versuchen, mit dem Spinning zu angeln. Auch das funktioniert immer wieder ganz gut. Beim Spirulino haben wir ja nochmal ein extra kleines Gewicht dran, mit dem wir dann auch sehr kleine Köder weit auswerfen können. Spirulino Kunstköder-Montage ist da doch ganz interessant. Allerdings habe ich das auch schon häufig oder mehrfach geskillt und auch wieder verskillt. Bisher habe ich da leider noch keinen Riesenvorteil gesehen. Man kann tatsächlich diese kleinen Köder ja auch mit Ruten, mit einem leichten Wurfgewicht auch sehr gut auswerfen oder dann eben im Light- oder Ultra-Light-Bereich auch ähnlich gute Ergebnisse erzielen. Bedeutet also hier unten Spirulino, diese Punkte könnte man sich theoretisch auch sparen. Vecirig ist wirklich eine interessante Spielerei, wenn man da Lust drauf hat und wenn man dann ebenfalls auch im Endgame-Bereich unterwegs ist und man möchte mal auf ganz schwere Fische gehen, dann investiert man natürlich irgendwann auch die Skill-Punkte in dickes Equipment. Das bedeutet, wenn wir dann auf die ganz dicken Brocken gehen wollen und wir gehen vielleicht dann auch auf Bait-Cast, auf die Casting-Routen, dann macht es natürlich auch Sinn, hier Skill-Punkte zu investieren. Wenn ihr in diesem Bereich seid oder wenn ihr soweit seid im Spinning, dann macht es tatsächlich Sinn, auch die gesamten Talente einmal zurückzusetzen, dann geht man eben vom Spinning komplett weg sozusagen, man geht von der Stationär-Rolle weg und investiert dann die Punkte etwas anders, man geht wie gesagt in die Bait-Cast-Rollen, natürlich dann auch in die Casting-Routen und wenn man dann vielleicht auch noch Lust hat aufs Jiggen, auf dicke, fette Wälse, dann macht natürlich auch hier die normale, einfache Jig-Montage Sinn, beziehungsweise dann später die Konventional-Rollen. Mit diesen Rollen zieht man dann die ganz, ganz dicken Brocken raus. Wie gesagt, das ist allerdings alles Endgame und wenn ihr selbst im Level-Bereich soweit seid, dann wisst ihr auch selbst, wo ihr eure Punkte investiert. Also fassen wir auch das nochmal schnell zusammen, die wichtigsten Punkte für Spinning, angefangen bei dem Spinner, danach eben zur Spinning-Route und Stationär-Rolle, danach geht es weiter auf den Blinker, anschließend gehen wir auf den Wobbler, um zum Beispiel am Kuori schleppen gehen zu können und investieren später Punkte in Topwater und in Texas-Rig. Wenn wir uns dann ein wenig spezialisieren wollen, nehmen wir natürlich noch die Handhabung der Jerkbait mit, dass wir die dicken Hechte vielleicht hiermit nochmal rausziehen und wenn wir auf kleinere Friedfische zum Beispiel gehen wollen oder auch im Ultra-Light-Bereich vielleicht da noch eine Herausforderung suchen, nehmen wir natürlich auch noch Wecky-Rig mit. Das sind so die wichtigsten Punkte fürs normale Spinning und in der Reihenfolge kann man das auch ganz gut skillen und kommt damit richtig gut vorwärts. Wenn du nun denkst, ich mache ja Spinning hauptsächlich, also muss ich doch bestimmt auch Kunstköder herstellen, dann kann man das natürlich machen. Was man dazu allerdings sagen muss, Kunstköderherstellung ist ein Silbergrab sozusagen. Ihr investiert wahnsinnig viel Silber und dieses Silber hat man anfangs leider gar nicht. Das bedeutet also Kunstköderherstellung macht erst Sinn, wenn ihr ausreichend Silber auf der hohen Kante habt und wenn ihr die Möglichkeit habt, kontinuierlich große Mengen Silber wieder zu generieren. Das bedeutet also im Level-Bereich von ich sag mal 30, 35 plus kann man da vielleicht mal mit anfangen. Des Weiteren macht es ja auch nur Sinn hier richtig reinzugehen, wenn man auch noch Skillpunkte übrig hat, um sie dann hier in die verschiedenen Kunstköderarten zu investieren, damit auch die Qualität der hergestellten Kunstköder gut ist. Keiner möchte mit einem schlecht zusammengebastelten Kunstköder angeln, wo man dann ohnehin nochmal eine etwas schlechtere Chance hat, damit Fische zu fangen. Also der Vorteil beim Spinning ist, ihr spart euch viele Skillpunkte, ihr könnt komplett eben hier euren Schwerpunkt Spinning ausbauen und braucht eben sowas wie Köderbeschaffung nicht, beziehungsweise Angelfutter Zubereitung braucht man nicht. Das kann man dann machen, wenn man sich später vielleicht doch mal auf eine zweite Angelart konzentrieren möchte, dann kann man da immer noch Skillpunkte rein investieren. Spinning macht einfach immer wieder Spaß, weil man eben richtig viel Action hat und man ist aktiv die ganze Zeit dabei. Das macht richtig viel Bock, allerdings brauchst du da auch ein bisschen mehr Skill, um zu wissen, welcher Köder zu welcher Tageszeit, bei welchem Wetter. Man muss viel, viel rumprobieren, sich sehr viele Kunstköder kaufen, um eine große Spanne an Ködern zu haben, die man dann im Laufe des Tages eben dann auch testen kann, welche Farben funktionieren gerade, bei welchem Wetter und bei welchen Temperaturen. Kommen wir nun zum Grundangeln. Beim Grundangeln ist es so, dass das wohl die leichteste Methode ist, im Game die Fische rauszuziehen. Leicht, allerdings auch komplex. Das heißt, wir können von sehr leichten, feinen Montagen bis hin zu den ganz schweren Montagen hier alles zusammenbauen und wir benötigen natürlich auch das Wissen darüber, welche Köder oder Montagearten und welche Futtermischen vielleicht die Fische bevorzugen und dementsprechend müssen wir unser Set immer zusammenbauen. Welche Skillpunkte investieren wir denn beim Grundangeln? Das zeige ich jetzt, dazu verschwinde ich auch mal eben wieder. Wie auch schon in anderen Bereichen des Tutorials erwähnt, ist das Investieren von Skillpunkten in eine Routenart gar nicht so sinnvoll, vor allem nicht im Anfangsbereich. Wir haben zwar mehr Wurfweite, mehr Genauigkeit und mehr Fischkontrolle, allerdings benötigen wir am Anfang überhaupt nicht die Wurfweite. Die Genauigkeit ist gut, wenn sie da ist, aber ob man nun links neben der Seerose liegt mit dem Köder oder rechts daneben ist vielleicht auch nicht so ganz wichtig. Und bei der Fischkontrolle ist es so, ja man merkt, dass man einen Fisch schneller rausbekommt, wenn man komplett durchgeskillt ist, aber wenn man am Anfang eben auch da ein bisschen mehr in den Fischdrill reingeht, sich darauf ein bisschen länger einlässt, man kriegt die Fische auch so raus und wie gesagt sieben Skillpunkte sind anfangs wahnsinnig viel. Wir sind jetzt hier gerade mit Level 12, haben 11 Skillpunkte zur Verfügung und da sind anfangs andere Punkte deutlich wichtiger, welche das sind, da gehen wir jetzt natürlich drauf ein. Wenn ich mit einem Account jetzt starten würde und der soll komplett auf Grundangeln gehen, würde ich anfangen mit Köderbeschaffungs Skillpunkte drei Stück einmal hier rein auf den Spaten und als nächstes Angelfutter Zubereitung fünf Skillpunkte in gute Angelfutter das ist wichtig diese fünf Skillpunkte sind halt wichtig dass wir Angelfutter herstellen können mit einer Qualität zwischen neun von zehn möglichen Punkten und zehn von zehn möglichen Punkten damit haben wir hier quasi die Möglichkeit das beste Angelfutter herzustellen warum verteilen wir denn zuerst Skillpunkte in der Köderbeschaffung und in der Angelfutter Zubereitung wo wir doch Grundangeln machen wollen das liegt daran dass die ersten Talente die wir hier effektiv verteilen wollen erst im späteren Bereich freigespielt werden das heißt also so etwas wie die klassische Haar Montage ist interessant spielen wir allerdings erst bei 35% frei wir sind jetzt gerade hier bei 24% dann ist sowas wie natürlich die Karpfenrute beziehungsweise das Pop-Up Rig interessant und die Schlaufen Montage auch hier sind wir bei 60% plus das ist der Grund warum wir halt so lange noch Zeit haben die Skillpunkte woanders rein zu investieren als ins Grundangeln das bedeutet also wir investieren keine Punkte in Grundmontage in die Fiederrouten in die Paternoster Montage genauso investieren wir auch keine Punkte in die Winkelpickerrouten rein das kann man dann irgendwann im Endgame machen wenn man keine anderen Sorgen mehr hat aber dann weiß man da ja selber schon Bescheid was man wo es gilt wenn wir also versuchen wollen unsere Talentpunkte optimal zu verteilen starten wir tatsächlich erst bei der klassischen Haarmontage hier kommen die ersten drei Punkte rein danach kommt lange Zeit nichts und dann investieren wir ab 60% ins Popup Rig eine der wichtigsten Angelmethoden nach wie vor und eine der effektivsten Angelmethoden im Game danach müssen wir schauen wie viel Skillpunkte wir übrig haben wenn wir halt im Bereich von 60% sind in welchem Levelbereich sind wir denn und haben wir dann noch Punkte zur Verfügung man kann natürlich auch gut hier schon die ersten Skillpunkte rein investieren um ähnlich wie bei den Fiederrouten hier eine höhere Wurfweite Wurfgenauigkeit und Fischkontrolle zu haben das ist bei den Routenarten immer gleich Bedeutet also wenn wir unseren Schwerpunkt aufs Karpfenangeln zum Beispiel legen können wir natürlich auch hier in die Karpfenrouten Skillpunkte investieren und haben dann nicht am Anfang des Games hier schon Punkte quasi verschwendet für Fiederrouten die wir im mittleren Bereich des Games gar nicht mehr verwenden Der Vorteil beim Investieren von Punkten in die Karpfenroute ist dass wir hier auch gleichzeitig zwei weitere Routen mit Skillen zum einen die Spot Rod mit der wir die Futterrakete rauswerfen können und zum anderen die Markerroute mit der wir dann Untergründe und Bodenstrukturen des Gewässers abtasten können können also die wichtigsten Montage Arten fürs Grund Angeln sind einmal die klassische Haarmontage damit wir damit die ersten Boilies verwenden können danach das Popup Rig damit wir auftreibende Boilies verwenden können dann haben wir hier die Schlaufen Montage damit angeln wir auf sämtliche Fische mit Naturködern wie zum Beispiel Wurm oder sowas wie Kartoffel und eine Möglichkeit um vielleicht auch nochmal mit Köderfischen angeln zu können wäre dann natürlich noch die Handhabung der Köderfisch Grundmontage auch da könnte man noch Skillpunkte rein investieren wenn man einen Account erstellt der seinen Schwerpunkt aufs Grundangeln hat wenn du mit der Zeit ein erfahrener Karpfenangler geworden bist wirst du dann Stück für Stück selbst entscheiden können ob du vielleicht doch nochmal andere Montagearten verwenden und Skillen möchtest oder aber auch sowas wie Punkte ins Wurfrohr investieren möchtest um damit präziser anfüttern zu können ja das war der normale Grundangler beziehungsweise der Schwerpunkt Grundangler und was macht denn jetzt einer der so wie ich auf alles geht man hat doch nur so wenig Skillpunkte aber man möchte doch gerne alles angeln als Allround Angler hat man natürlich die Qual der Wahl man hat verschiedene Wege die man gehen kann geht man tendenziell vielleicht doch eher übers Grundangeln weiter nimmt man den Weg übers Spinning das heißt ab Level 12 entscheidet sich jetzt einfach möchte ich eher Spinning machen oder eher Grundangeln gehe ich zum Belaya und ziehe da die Brocken raus oder gehe ich zur alten Festung und versuche da übers Brassenangeln zum Beispiel meine Skillpunkte zu machen und vorwärts zu kommen Wege wenn du wie gesagt tendenziell gerne alles machen möchtest aber doch eher ein bisschen beim Plumpsangeln also beim Grundangeln zu Hause bist dann würde ich tatsächlich auch so starten wie der Grundangler das heißt mit der Köderbeschaffung Angelfutter Zubereitung ist da ganz wichtig dass wir dann auch das passende Futter und die verschiedenen Köder herstellen können fürs Angeln an der alten Festung wenn du sagst nee ich möchte lieber Ambelaya so ein bisschen auf die Raubfische gehen auf die Forellen und auf die Eschen dann startet man natürlich wie der Spinning Angler das heißt ihr fangt an und investiert eure Skillpunkte ins Spinning um dadurch dann eben besser diese Fische rausziehen zu können das Gute ist du musst dich nicht verrückt machen denn auch ohne verteilte Skillpunkte fängt man ja Fische auch hier der Account der ist ja jetzt Level 12 ohne dass ich bisher Skillpunkte verteilt habe man kann das immer noch machen wenn du jetzt sagst Mensch jetzt nutze ich mal eben das Zurücksetzen und verteil das nochmal neu kannst du das natürlich machen oder du lässt die Skillpunkte einfach so wie du sie bisher verteilt hast und Skills dann erst im späteren Bereich wo du dann wirklich weißt wo du hingehen willst einmal zurück setzt einmal alles zurück und entscheidest dich dann vielleicht erst mit Level 25 plus oder sowas wo du dann sagst okay jetzt weiß ich ungefähr wo ich hin will und setzt dann die Skillpunkte nochmal richtig also als Allround Angler investiere ich jetzt meine ersten Skillpunkte in Angelfutter Zubereitung fünf Punkte gehen jetzt hier rein jawohl ich will sie verteilen es kommt immer nochmal die Meldung und damit haben wir jetzt die Chance auf die beste Futtermische dann gehen wir hier wieder raus und gehen aufs Spinfischen Spinfischen in den Spinner da investieren wir drei Punkte rein und die nächsten Skillpunkte investiere ich dann in die Rolle denn die Rolle zählt ja fürs Grundangeln und auch gleichzeitig fürs Spinning damit habe ich jetzt meine ersten elf Punkte verteilt also diese Punkte hier quasi Stationärrolle Spinning fürs Spinfischen später dann am Belaya und wenn ich dann aufs Grundangeln gehen möchte beziehungsweise auf Brassen zum Beispiel dann habe ich hier immerhin schon mal ein paar Punkte drin und habe dann aber auch hier die Möglichkeit hervorragendes Futter herzustellen um die Brassen überhaupt anzulocken Skillpunkte in die Köderbeschaffung investiere ich hier noch nicht das mache ich später erst allerdings ist das Skillen der Köderbeschaffung wichtig bis ungefähr zum Knoblauchteig bis hierhin sollten wir schon mal skillen dass wir dann eben auch auf Brassen gut angeln können zu dem Skillen der Köderbeschaffung existiert bereits ein Video auf dem Kanal unter den Quicktips aber auch dazu werde ich noch ein aktuelles erstellen womit geht es denn danach weiter nachdem ich jetzt die Skillpunkte verteilt habe agiere ich quasi wie in den Schwerpunktsbereichen das heißt Schwerpunkt Grundangeln Schwerpunkt Spinning und Schwerpunkt Posenfischen die Punkte die ich da genannt habe sind ja auch die wichtigsten Punkte sozusagen für den Allround Angler nur dass er natürlich deutlich länger dafür braucht um dahin zu kommen bedeutet also fürs Grundangeln dass ich später nochmal Punkte investiere ins Popup Rig und in die Schlaufenmontage beziehungsweise natürlich auch noch hier in die Haarmontage beim Spinning mache ich natürlich auch noch nach dem Spinner den Wobbler als nächstes mit rein den Blinker setze ich erstmal noch aus der kommt danach erst und wenn ich als Allrounder das Posenangeln noch gerne mit dabei hätte dann ist es so dass ich natürlich auch noch hier die Laufposenmontage mit rein skille beziehungsweise dann noch die Match und die Matchmontage das sind nochmal ganz wichtige Punkte das Thema der Kochkunst habe ich komplett ausgelassen denn ich möchte hier angeln und nicht kochen auch mit meinem Level 41 Account habe ich bisher noch nicht eine Tasse Tee gekocht ich habe auch tatsächlich kein Silber dafür übrig bisher wenn das irgendwann mal soweit ist werde ich das vielleicht auch irgendwann mal testen wenn dir das ganze geholfen hat dann lass doch ein Abo da für den Kanal und baller die Glocke rein das hilft wahnsinnig vielen Dank dafür und dann sehen wir uns auch direkt in einem der nächsten Tutorial Videos oder im Livestream auf Twitch Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr Petri bis zum nächsten Mal 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 Untertitelung des ZDF, 2020